Ich freue mich natürlich sehr über die Zustimmung zu neuen Schwimmhallen und danke allen, die Ja gesagt haben und denen, die sich in der Kampagne engagiert haben. Wenn ich jetzt an die neuen Schwimmhallen denke, dann sehe ich schon die planschenden Kinder drinnen, ich sehe die ambitionierten Schwimmer und die mutigen Turmspringerinnen. Ich sehe aber auch die grosse Photovoltaikanlage, die wir auf dem Dach aufgestellt haben, weil wir bei diesem Gebäude am Umwelt- und Klimaschutz höchste Priorität eingereicht haben. Und daher bin ich wirklich froh, dass wir den jetzt loslegen können mit Bauern.